Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute sind wir bei Amazon. Ja, nicht direkt bei Amazon, sondern bei einem Space hier zum ersten Mal in München. Ihr seht schon hinter mir, die Party hat begonnen in der Briennastraße. Und was genau, das muss ich mir erzählen lassen, denn ich weiß genauso viel wie ihr bis jetzt, nämlich noch nichts. Nebenher habe ich mir den Konstantin jetzt geschnappt, der uns gleich erzählen wird, was denn diesen Space hier so besonders macht. Ja, vielen Dank. Also, ihr seid hier bei Amazon Web Services. Das ist der Cloud Computing Arm vom Amazon Konzern. Unsere Kunden nutzen IT aus der Steckdose, also Cloud-based basierte IT. Und wir haben weltweit eine Million Kunden. Alles vom Studenten bis zum Großunternehmen, alles ist mit dabei. Und mit diesem AWS Pop-Up Loft und Innovation Lab geben wir Kunden die Möglichkeit, direkt mit uns in Kommunikation zu treten, mit uns darüber zu sprechen, was kann man in der Cloud machen, wie kann man sein Business in die Cloud bringen, wie kann man die Services von AWS nutzen, um ein besseres Geschäft zu machen. Gibt es denn noch freie Termine? Ja, und zwar kann man sich anmelden auf www.amazon.de-innovation. Dort kann man sich registrieren und dort zum Beispiel ein Gespräch mit einem Architekten buchen, der einem hilft, IT-Architektur in die Cloud zu bringen. Man kann kostenlose Trainings besuchen oder man kann an Vorträgen teilnehmen, wo Amazon-Kunden erzählen, was sie in der Cloud machen oder aber auch Amazon Web Services Kollegen erzählen, wie man verschiedene Services so nutzen kann, dass daraus eine neue Lösung wird. Perfekt. Also ich verlinke euch das unten auch in der Infobox rein und ich sage vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Dankeschön. - Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es wieder von mir mit einer Folge von Monaco Deluxe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da oder noch viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und wir sehen uns wieder bei Monaco Deluxe.